Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Raft mit Mulenya. Hallo und mein Kondo. Ja, 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 ja. Hunger. Guten Hunger, guten Hunger. Ähm, wir waren draußen dran, ne? Alles soweit fertig zu machen und zu pflanzen und so. Ich will da nochmal entschuldigen. Ja, ich muss mich mal eben orientieren irgendwie. Ja, ich mich auch. Äh, ja, genau. Genau, wir hatten irgendwie, ich hatte hier so ein bisschen die Dings erweitert gehabt, aber dann hatten wir ja entschieden, dass wir das nach oben holen. Genau. Das Feld. Ja. Hier läuft ein Schwein rum. Was ist denn das hier? Ach, das ist ja schon Getreide, okay. Ähm, ich hab gar keine Feldhacke mehr. Hatten wir nicht auch schon Kartoffeln und so? Kartoffeln und so haben wir auch, ja. Ja, die bräuchten wir noch. Und ich brauch jetzt mal noch eine Feldhacke. Ach, im Ofen, klar. Obwohl ich der Meinung war, hatten wir Kartoffeln nicht schon nach oben geholt oder irgendwie sowas? Äh, nee, Getreide ist bis jetzt, glaube ich, nur hier gepflanzt. Oder? Das hier sind doch Kartoffeln, oder? Ja. Hier ist bis jetzt nur Getreide. Das war jetzt irgendwie nicht das Richtige. Zack, zack. Zwei Kartoffeln rausgekriegt aus den Kartoffeln. Aus den Kartoffeln, zwei Kartoffeln. Ja. Ich dachte, Karotten haben wir doch auch. Haben wir die auch noch nicht oben? Äh, nee, nee, nee. Das finde ich irgendwie merkwürdig jetzt gerade, weil ich habe hier schon was abgeerntet. Aber ich war echt der Meinung, ich hätte schon Karotten hier eingepflanzt. Hm, die Sonne geht auch langsam unter. Ja. Wir sollten also zusehen, dass wir gleich schnellstens ins Bett kommen. Bevor hier wieder alles voll mit Monstern ist. Ja. Das geht ja so schnell. Das stimmt. Schon wieder eine Melone fertig. Mann, ey, das ist sehr ungewohnt. Das ganze Inventar ist wieder voll gemüllt. Aha. So, wir können schlafen. Echt schon? Ja. Gut, ich komm. Ich werde nur auch dich... Ich werde mal das ganze Chaos, das ganze Bäume-Chaos hier ums Haus und zu mal wegmachen. Mhm. So, ich komme. Ich liege. Sehr gut. Ach ja, so. So, guten Morgen. Guten Morgen. Wollen wir es mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen? Nein, nein, nein. Ja, da haben wir schon wieder die ersten Spinnen. Das geht so schnell. Ja, Spinnen sind jetzt ja nicht so schlimm. Nein, nein. Es ging mir eigentlich auch nur darum, dass das so verdammt schnell geht. Es schaufelt. Da haben wir noch zwei Schaufeln. Noch irgendwo eine? Nee. Hey, ein Küken. Zwei Küken. Drei Küken. Wirfst du Eier? Ja. Wir haben drei Küken rausgekommen. Das ist gut. Das ist nicht schlecht, ne? Das ist eine recht gute Ausbeute. Finde ich, finde ich auch. Hopp. Da ist schon das nächste Ei wieder ausgeploppt. Ah. Äh, wie viele Heuballen sollten wir eigentlich machen? Fünf, ne? Hattest du die nicht schon gemacht? Hatte ich die schon gemacht? Ich glaube, du hattest Heuballen schon gemacht. Ne, ich habe damit angefangen. Zwei Stück. Okay. Habe ich jetzt bis jetzt fertig. Zwei Stück. Ähm. Ich bringe hier ums Haus mal alles auf eine Ebene. Und da können wir vielleicht auch nochmal über einen neuen Stalldach denken. Also, vielleicht die für die Tiere ein bisschen vergrößern. Wir können ja alle Tiere, die wir so finden, da reinpacken. Muss ja nicht alles getrennt sein. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich doch jetzt. Ich habe keine Ahnung, was du wolltest. Ja, ich auch nicht. Sind wir schon mal zu zweit. Ah, das ist ja schon mal gut. Ja. Hallo. Hast du... Stimmt, wir hatten ja hier das Feld angelegt. Das war's, genau. Da ist auch Zuckerrohr schon drin. Genau, Zuckerrohr und Weizen. Und Weizen. Ähm. So, und jetzt können hier doch eigentlich, auf dieser Seite können wir doch Karotten und so reinmachen. Ich glaube, das wollten wir doch auch, oder? Könnte das sein? Genau, das wollten wir. Deswegen habe ich die dabei. Und habe unten keine mehr drin. Ja. Oh, was war doch da. Dann haue ich hier jetzt einfach mal Karotten rein. Wir können ja zwei Reihen Karotten und zwei Reihen Kartoffeln machen. Ja, sowas genau. Moment, aber Kartoffeln habe ich jetzt, glaube ich, gerade keine dabei. Die sind jetzt unten drin. Mhm. Aber ich habe ja noch ein bisschen Knochenmehl. Achso, und ich sollte mal was trinken. Zombie. Da ist eine Spinne. Ähm. Habe ich ein Schwert dabei? Ja. Nicht, dass ich die haue und habe gar kein Schwert dabei. Nö. So, ähm. Ja, das lassen wir dann nicht hier. Ganz oben. Ah. Das kriegen wir schon hin. Irgendwo. Ich muss das hier trotzdem mal wegmachen. So. Und ein paar Karotten. Okay. Zack, 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 zack. Und zack. So, zwei Reihen Karotten sind schon mal fertig. Mhm, okay. Das ist gut. Das finde ich auch. Mensch, hier ist überall noch so viel Holzzeug und so. Das ist total nervig. Wenn hier alles voll ist. Dieser Riesenbaum in der Mitte, wollen wir den nun stehen lassen oder soll ich den mit wegmachen? Also nimmt uns hier schon ganz schön viel Platz weg. Ja. Von mir aus kann der weg. Wir brauchen ja eh noch genügend Platz irgendwie später auch für die ganzen Gebäude, ne? Leuchtturme und so, was wir noch bauen müssen. Ja. So, dann fange ich jetzt an, die Kartoffeln hier rein zu hauen. Ich höre irgendwie ein Zombie. Das ist wahrscheinlich irgendwo unterirdisch. Wahrscheinlich. Aber unterirdisch geht ja eigentlich gar nicht wirklich. Genau. Hm. Keine Ahnung. Ist das denn in unserem Haus oder? Ja. Im Haus? Ja. Jetzt regnet es auch noch. Nee, das halte ich für unwahrscheinlich. Oder hier auf dem Dach. Ach genau, da gab es ja auch einen Kommentar, ne? Ja. Dass wir da Licht machen sollten, weil wir sonst die Monster auf dem Dach haben. Stimmt. Das sind so Sachen, da denkt man schon gar nicht mehr so dran. Wenn man das meiste jetzt im Moment ohne Monster spielt. Genau. Und da das ja auch noch ein Flachdach ist. Obwohl das auch völlig egal ist, ob flach oder nicht. Ja, ich mache da auf jeden Fall nochmal ein richtiges Dach drauf. Ja, aber wie gesagt, das macht ja eigentlich auch kaum einen Unterschied. Ja. Ah, der blöde Regen, das ist doof, echt. Ja. Mann, ist hier viel Holz drin. Und nachher. Vielleicht ist der Zombie hier auch irgendwo auf dem Baum. Das könnte sein. Denn das wird so absolut nicht leise, obwohl ich immer weiter nach oben gehe. Wirst du dann ja irgendwann feststellen. Ja. Wenn er dir plötzlich auf dem Kopf steht. Das fände ich ja eigentlich nicht so toll. Das dachte ich mir schon. Ah, da. Alter. Klack. So. Mal gucken. Oh, sag nicht, ich habe keine Axt mehr dabei. Oh, nein. Ah, verdammt. Das heißt, ich muss mir erstmal neue Äxte machen. Okay. So, ich nehme erstmal hier noch das bisschen mit. Müssen wir da noch irgendwas anbauen? Ja, die Dings, ne? Die, ähm, na. Wie heißen die noch? Kürbisse. Kürbisse, ja. Genau. Ja. So. Ich habe die nächste Challenge abgeschlossen. Ja, welche? Hä? Welche? Ich habe die Heuballen. Okay. Ins Dings gepackt, ins Gehege. Wie viel brauchten wir? Fünf Stück? Fünf, ja. Na, jetzt haben wir die Schaufel kaputt. Ah, ja, ja. Aber da habe ich noch einer. Was haben wir überhaupt noch an, äh, Sachen zu machen, so gartentechnisch und so? Weißt du das? Ja, ich gucke gleich mal nach, weil ich jetzt sowieso auf dem Weg zu den Challenges bin. Okay. Äh, Moment, ganz kurz. Also erstmal die fünf Heuballen. Können wir erstmal weglegen. Da guckt mich ein Kanickel an. Na, sowas. Ja, hier laufen die ja noch nicht vor einem weg. Stimmt, das ist ja erst später. Ja. Das finde ich total doof. Also man müsste die Möglichkeit haben, die zu zähmen. Das wäre toll. Das wäre cool, ja. Ja. Also, eine Pumpkin Farm. Mhm, ja, die mache ich gleich noch hier hinten hin. Ja, gut, dafür brauchen wir aber erstmal welche, ne? Wir haben doch noch gar keine Kürbisse, ne? Doch, wir hatten, wir hatten doch Samen bekommen. Ach, stimmt. Stimmt, richtig. Na, Angel, du hast doch schon geangelt, oder? Achso, nee, das war ja jede, jeden Fischtyp. Genau. Eine Jukebox, bla bla bla. Äh, die Branden. Dings. Achso, diesen Hafen, Dings, da müssen wir noch bauen. Einen goldenen Apfel. Einen Apfel habe ich jetzt, den können wir also auch machen. Gut. Zehn Heiltränke. Ach, hier ist es in dem Buch, äh, Dingens, Regal. Mhm. Nee, also sonst ist nur noch die Pumpkin Farm, wenn ich das so richtig sehe, was jetzt für, äh, ja, für Farmen ist, ne? Mhm. Alles andere sollten wir da hingehend erledigt haben. Okay, schön. So, ich sollte mal sehen, dass ich ein bisschen Zeug hier auspacke. Erde. Oh Gott, ich habe Sand. Ohne Ende Sand. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil dann können wir nämlich vielleicht auch die Insel noch mal ein Stückchen erweitern. Ja. Und da dann den Leuchtturm draufstellen, vielleicht kann man so eine kleine Insel noch ein bisschen weiter weg machen von der Insel. Ja, von der Insel. Ja, so, so einen kleinen Steg aufschütten, der dann rüber geht zum Leuchtturm. Okay, ja. So eine Sandbank, so in der Art meine ich das. Ja. Mal schauen. Ich glaube, ich verstehe. So, jetzt hole ich mir aber erst mal eine Axt. Und es wird, glaube ich, auch dunkel, ne? Wir können endlich schlafen. Endlich. Ja, es ist noch nicht so weit. Noch nicht. Noch nicht. So, ähm, Sand. Einen Haufen Sand. Ich habe so viel Sand. So viel Sand? Ja. Wenn nicht noch mehr. Warte mal, ähm, die Kürbiskernsamen. Wo sind die denn hingekommen? Die waren doch hier irgendwo. Ich hatte die doch gesehen. Frage ist nur, wo, ne? Hier nicht. So, jetzt sollten wir vielleicht nochmal gucken, ob wir schlafen können. Ja. Bevor das nämlich gleich wieder dunkel ist. Ja, vielleicht habe ich die auch so im Inventar nicht. Alles voll mit Monstern. Ja. Das wäre schon echt ärgerlich. Nee, so im Inventar habe ich die Dinger nicht. Ähm, Kakaobohnen haben wir eigentlich auch genug, ne? Auch das ist guter Farbstoff. Was gibt's da nicht, Jan, wo? Ich habe die doch gesehen. Hast du die rausgenommen? Was? Die Melonenkerne. Nein, die Dingskerne. Kürbiskerne? Kürbiskerne. Nein. Hatten wir keine? Vielleicht hatten wir auch keine. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich war der Meinung, wir hätten welche gehabt. Okay, ich mache jetzt erstmal den goldenen Apfel. Ich war echt der Meinung, wir haben welche. Aber vielleicht habe ich das auch in irgendeiner Form verwechselt. Vielleicht in einem anderen Minecraft-Projekt. Projekt. Nee, nee, nee. Nee, nee, komm. Diesmal nicht. Äh. Ach, das muss ich mit Barren machen, ne? Was? Der goldene Apfel muss mit, äh, Goldbarren gemacht werden, ne? Kann sein. Und ich glaube, der muss alle Barren umzuhaben. Da sind noch fünf. Guck mal, guck mal. Äh. Bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Das ist so nice. Jetzt gibst du doch nicht die Kürbiskerne. Die sind einfach weg. Das ist wahrscheinlich, war das Wunschdenken. Ja, der muss rundherum mit Barren sein. Ja. Dann fehlen uns noch zwei Stück. Fehlt uns noch ein bisschen Gold. Zwei Barren fehlen noch? Ja. Da müssen wir halt nochmal auf die Suche geben. Genau. So, ähm, ich wollte ne Axt machen. Und den Rest da wegachsen. Wegachsen? Das machte Bäume abbauen, oder was machst du da jetzt gerade? Ja, genau. Ich mach da frei. Ich helfe dir mal ein bisschen. Das ist gut. Ich hab zwar noch ne Axt, aber ich würd mir mal noch eine machen. Wir haben doch bestimmt noch Stein, oder? Ja. Da ist noch Stein. Achso, und, äh, Sticks hab ich auch gerade erst weggepackt. Da. So, zack. Zack. Und eine Axt. Boom. Au. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich wollte gerade sagen, das hab ich schon zischen gehört. Halleluja. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Alles gut? Nee. Nee. Oh Gott. Kann doch ne alte Frau nicht so erschrecken. Boah, das kommt, weil ich hier alle Fackeln weggenommen hatte. Weil ich hier halt alles runtergebuddelt hab. Und halt mit Erde aufgefüllt hab. Ui, 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 ui. Okay. Ich glaub, es geht wieder. Ich hör auf zu zittern. Ach, dann ist gut. Den hab ich aber auch so überhaupt nicht gesehen. Wir hatten schon Karotten eingepflanzt hier. Ja, Karotten, ja. Aber Äpfel nicht. Äpfel, ja, die haben wir nicht eingepflanzt. Ich mein Kartoffeln. Du meinst Erdäpfel. Ja, genau. Also diesen Baum hier wolltest du jetzt aufwegmachen? Den großen auch, ja. Ach, da ist der Zombie doch. Echt? Da oben steht da ein Baum. Ach, ne, ich dachte, der ist irgendwo oben. Ähm, ja. Ich hab gedacht, hier, was wir eingezäunt haben, da machen wir alles weg. Und den einen, der da vorne steht, vor unserem Haus, den können wir ja eigentlich lassen, oder? Letztendlich ist das sowieso nur ein Konstrukt aus Holz. Weil die ganzen Blätter ja verschwinden. Mit der Zeit. Dann hab ich so das Gefühl, umso länger wir hier sind, umso weniger Blätter haben die. Ja. Und. Sieht so aus. Also von mir aus können die ruhig weg die großen Bäume. So, ich laufe hier jetzt schon auf dem Dach rum. Hast du Fackeln dabei? Ne, leider nicht, deswegen, äh, obwohl ich könnte vielleicht mal welche holen. Wir haben doch bestimmt mal welche, oder? Ich hab welche dabei. Ja, kannst du mir mal welche geben? Hau ich dich mal gleich aufs Dach. Ist das nämlich auch erledigt. Dankeschön. Ich würde jetzt mal nach draußen gehen und da die Bäume noch weg machen. Du bist schon draußen. Nein, ich meine außerhalb von unserem Grundstück. Ja, ich dachte mir das schon. Die, ähm, Weizenfarben, die können wir dann doch da unten auch mal weg machen, oder? Die Weizenfarben? Ja, am, am Strand. Ja, ja, klar, ich wollte die jetzt, ne, ich wollte die dann nur so nach und nach abbauen. Oh, hier oben ist ein Skelett auf dem Baum. Das sehe ich gar nicht von hier. Ach, da, ja. Ach, da. Haha, verpufft. So, reich. Ja, da spawnen dann die Viecher drauf. Naja, dann nehmen wir denen jetzt ja auch so langsam die Möglichkeit. Ja. Ja. Alles hier so ein bisschen sicherer machen. Jupp. Oh Mann. Da ist ein Creeper auf dem Baum. Echt? Jo. Da spawnen diese ganzen Viecher, ey. Ja. Gleich explodiert er. Ja, komm, komm. Und tot. Nur ein toter Creeper ist ein guter Creeper. Ja. So sieht's aus. Aber ich finde, wenn die den Schaden aushaben, sind die eigentlich harmlos. Wobei die halt, äh, also, Schaden an der Welt aushaben. So, dann... Ja, das geht noch, aber, äh, die hauen schon ganz schön rein, also... Ja, auf jeden Fall, also... Das ist, äh... Du bist du dann schon halbtot, wenn du dich mit dem Creeper angelegt hast. Jupp. Mir ist kalt. Ist dir auch kalt? Es ist Zeit, dass es mal aufhört zu regnen. Ich finde auch, dass das, äh, so langsam Zeit wird. Wir haben doch geschlafen. Das darf doch jetzt aufhören. Es regnet schon den ganzen Tag lang. Ja. Das ist total ätzend. Ähm. Oh Mann. Das ist ja ganz schön hoch, wenn man hier runterfällt, du. Oh, du hast verloren. Das ist aber nicht so witzig. Oh, ich bin lustig. Oh, man sollte sich vielleicht nicht so auf Glätter stellen. Und dann das Holz wegmachen. Ja, nee, das, äh... Ist ein bisschen unklug. Das ist nicht so toll. Zack und weg. So. Dann nicht hier. Also kann sein, dass du irgendwann hier nach hinten kommen musst. Ja. Oh, meine Sachen einzusammeln. Wieso, weil du tot bist, oder wie? Ja, das ist schon, äh, ziemlich hoch hier. Du wirst dich hier festhalten können. Oh. Ja, das ist schon sehr verteilt alles. Ja, das ist schon ganz schön viel Arbeit, die, ähm... Ja, absolut. Die Sachen hier wegzumachen. Habe ich mir auch gerade so gedacht, irgendwie. Aber ich habe schon ein gutes Stück weg von dem Baum. So. Oh, Mensch, der Part ist auch schon zu Ende. Ja. Mir wird kalt. Na, sowas. Boah, das geht ja noch höher. Oh, Mann, da komme ich nicht mehr ran an die Dinger. Das ist ja doof. Also, ich habe meinen fast weg. Also, so, so, das obere. Fast weg, also so ein bisschen. Also, so ein bisschen das obere. So viel ist das hier nicht mehr. Ja, ist doch super. Trotzdem ist der Part zu Ende. Ja. Das muss ich aber erst mal diese runter vom Baum und die Sachen noch einsammeln. Ja. Sind die nachher alle weg. Ja, ich versuche jetzt auch mal hier runter zu kommen, auch wenn der noch lange nicht abgebaut ist. Oh, jetzt hört es auf zu regnen. Toll. Oh, nein, da ist ein Ding vergessen. So, okay. Unten bin ich schon mal wieder. Ich noch nicht. So. Jetzt mache ich das weg. Und das. Komm runter. Ja, ich bin unterwegs. Nein, jetzt meine Schau. Komm, woher schießt ein Skelett? So, jetzt erstmal die ganzen Sachen einsammeln. Von da unten schießt ein Skelett. Ja. So, jetzt nicht mehr. Okay. So. Gott, ist das viel Holz, ne? Mhm. So haben wir alles. Okay. Ja, ich glaube, wir haben... Ne, hier liegt noch was. Okay, aber dann haben wir alles. Okay. Dann, ähm... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.